Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Foundation. Wir wuseln heute wieder ein bisschen weiter und ja, ich habe mir gedacht, wir begeben uns jetzt heute endlich mal an den Bau unserer Getreidefarm. Die Kirche hier ist jetzt auch noch fertig geworden. Also ich finde, die sieht mega schön aus. Die passt hier perfekt hin, auch mit dem kleinen Eingangstürchen. Auch wenn die Tür hier an der Seite ist, das finde ich ein bisschen schade. Ja, wir haben momentan 87 von 500 Gold. Ich muss momentan erstmal wieder irgendwie zu Geld kommen. Ich habe irgendwie scheinbar in der letzten Zeit, ich hatte scheinbar mal besser gewirtschaftet als momentan. Aber die zweite Kirche hat keinen Prunk gebracht scheinbar. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. So, im Handel. Ich muss irgendwie hier, ja, Bretter verkaufe ich, die Steine. Aber die hier haben zum Beispiel hier, die wollen, die wollen überhauende Steine. Das heißt, ich müsste mal noch gucken, dass ich Steinmetzlager haben hier, dass ich noch eine Steinmetzhütte bauen würde. Nicht mal dafür habe ich gerade Geld. Ich habe noch 4 Gold. Das ist schon ziemlich übel. Sobald diese 25 Gold drin sind, baue ich sofort hier die Hütte hin, dass wir auch behauende Steine bekommen, weil Rohstein haben wir ja noch, haben wir ja genug. Ich habe nur echt verpasst, auch diese Steinmetzhütten zu bauen, dass der abgeschlagene Stein, dass der halt auch noch weiter verarbeitet werden kann. Aber jetzt gibt es gerade, warte mal, ich muss hier mal gucken, die müssen hier, warum kauft keiner meine Waren? Guck mal da, das können die verkaufen. Wir können halt gerade noch kein Brot und kein Fisch verkaufen. Können ja auch noch einen. Jetzt sind wir schon im Minusbereich. Guck mal hier, Bretter kann ich jede Menge verkaufen, aber irgendwie scheinen die sich nicht zu verkaufen. Da, verkaufen. Naja, wahrscheinlich, wenn die gerade keiner sucht, ne, dann ist halt, dann sucht halt keiner. Schwierig. 37, ja, irgendwie. Irgendwie kauft gerade keiner mehr was. Also, guck mal, wir machen immer mehr Minus. Arbeiten vielleicht gerade zu viele Leute, dass keiner mehr was kaufen kann oder so. Wäre ja denkbar, ne? Warum kann ich auch... Ne, die Hildegard kann ich. Ne, doch nicht. Ach, jetzt hauen die alle ab. Aha, jetzt wird nochmal was verkauft gleich. Jetzt sind wir schon auf Minus. Ei, 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 ei. Wir haben ja eigentlich hier genug Mitarbeiter, aber keiner ist hier, um zu verkaufen. Oder verkaufen wir dann automatisch, sobald der da was reingelegt hat. Guck mal, jetzt machen wir gerade ganz gut Gewinn. Jetzt haben wir auch das Geld für so ne, für so ne Hütte hier, für so ne Steinmetzhütte. Das kommt jetzt einfach mal dahin, so, dass wir das verarbeiten können. Und dann können wir das Ganze vielleicht, guck mal hier, jetzt machen wir auch gerade wieder Gewinn richtig dick. Ich glaub, wir haben einfach zu wenig... Was haben wir denn hier oben? Wann kommt denn nochmal Einwanderung, zwei Tage? Ich glaub, wir könnten nochmal ganz gut ein paar neue Leute gebrauchen, ne? Ähm, ne Weizenfarm möchte ich jetzt endlich mal bauen. Die möchte ich hier hinbauen und dann machen wir... Hier landwirtschaftlich, ein landwirtschaftlich genutztes Feld hin. So. In der Hoffnung, dass das klappt. Die sind jetzt hier unten erstmal noch am Bauen. Woolenclothes. Sagt nicht, wir können die nicht bauen, weil uns dafür noch Stoff fehlt. Guck mal, wir haben neue zwei... Oh, doch, 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 warum haben wir das? Warum haben wir Stoff? Also ich meine, ich freu mich drüber, dass wir den haben, ne? Also ich hätte ihn sonst noch kaufen können. 5 von 5, sehr schön. Die Steinmetzhütte wird fertig. Genau, das Dach nämlich. So, da kann jetzt der Harry arbeiten. Jetzt haben wir wieder einiges an Verlust gemacht. Guck mal hier. Und unsere... Unsere Getreidefarm wird jetzt auch gebaut. Dann geht's in der Richtung auch endlich mal weiter. Dann müssen wir halt noch gucken, dass wir noch eine Windmühle bekommen und eine Bäckerei. Können wir hier helfen? Ich hab keinen Fisch. Ich muss das ablehnen. Ich hab noch keinen Fisch. Wir brauchen hierfür 10 Werkzeuge. 10 Werkzeuge haben wir ja eigentlich noch. Jetzt nicht mehr, genau. Die bringt nämlich jetzt der Jacques. Der Jacques bringt jetzt die Werkzeuge zur Weizenfarm. Und dann haben wir da alles, was wir brauchen. Oh, die Pracht in des Dorfes hat eine neue Stufe von Freischaltmöglichkeiten ermöglicht. Das ist doch wunderbar. Das Problem ist nur einfach, dass ich generell zu wenig Geld habe. Wir machen nämlich jetzt gerade wieder ziemlich einen Verlust. Ich hoffe, dass sich das ändert, wenn wir demnächst dann auch mal noch Brot und sowas auf dem Markt anbieten können. Ich glaube, das wäre definitiv dann nochmal eine Hilfe. Guck mal hier, aber es geht wieder. Wir haben jetzt wieder so ein bisschen so einen gesünderen Kreislauf, sag ich mal. Oh, die ist aber sehr hier in das Gras eingebaut. So, Getreidefell zurücksetzen? Nein. Ich würde sagen, hier weisen wir auch wirklich mal drei Leute zu. Anna, Hildegard und Philipp kümmern sich jetzt hier um die Getreidefarm. Und kümmern sich darum. Guck mal hier, dass hier Felder ausgesät werden. Die ist aber aktiv. Guck mal hier, das sieht ja ein richtig großes Feld. Aber dann haben die drei auch was zu tun, ne? Wenn die sich hier so um die... Wenn die so ein großes Feld bauen. Ja, guck mal, das ist doch eigentlich optimal. Und dann könnte man hier schön... Aber eine Windmühle kostet wahrscheinlich auch wieder so viel. Windmühle. 200. Ach, du Schande. 200 und 300. Das heißt, wir brauchen noch 500 Gold, um so weit zu kommen, dass wir überhaupt Brot herstellen können, was wir auf dem Markt verkaufen können. Das ist natürlich übel. Ja, ich weiß, ihr habt hier keine Landwirtschaft. Wir können natürlich das noch ausweiten, bis hier hinten vor den Wald. Wenn ihr möchtet. So, wenn ihr euch beschwert, dass ihr keine Arbeit habt, dann machen wir halt hier hinten die komplette Fläche bis zu dem kleinen Wäldchen noch landwirtschaftlich genutzte Fläche. Dann habt ihr natürlich ein riesen Feld. Dann dürft ihr euch auch nicht beschweren, wenn ihr euch eure kleinen Füßchen platt lauft. Ach, guck. Die sehen jetzt direkt in der entsprechenden Größe. Also die sehen jetzt... Es ist jetzt schon... Der kann ja kaum noch rausgucken hier. Aber es sieht schön aus. Es sieht echt schön aus. Oh Gott, wir haben schon wieder so viel Verlust gemacht. Gut, wir haben jetzt wieder Werkzeug gekauft, ne? Warte mal, können wir jetzt nicht auch sagen, wir verkaufen beschlagene Steine? Bis 20. Dann muss ich aber auch hier sagen, dass ich die beschlagenen Steine einlagere. Ne? Ja. Weil die suchen sie ja. Dann machen wir vielleicht dadurch nochmal ein bisschen mehr Gewinn. Die sind ja hier. Kauft. Kauft einen Stein für drei Gold. Weil Bretter sollten sie eigentlich auch kaufen. Und Bretter kaufen sie auch nicht. Hm. Hä? Das ist alles... Alles noch ein bisschen kompliziert, finde ich teilweise. Dann könnte vielleicht hier auch noch ein Lagerhaus hinbauen. Vielleicht brauchen wir einfach mehrere Lagerhäuser, um mit der Menge wie dem Holz klar zu kommen. Was hatte ich gesagt? Die Windmühle 200. Oh Gott, das dauert ja ewig, bis ich die 200 zusammen habe. Ich darf jetzt eigentlich wirklich erstmal nichts mehr kaufen, nach Möglichkeit nur verkaufen. Warum haben sie hier hinten denn nichts gemacht? Das ist doch auch landwirtschaftlich genutztes Gebiet. Keine Ahnung. Das war schon wieder im Minus. Ich muss echt irgendwie gucken, dass ich da... Jetzt geht's gerade wieder hoch. Jetzt kaufen gerade scheinbar wieder alle Essen. Jetzt geht's aber... Jetzt ist es auf einen Schlag wieder runtergegangen. Also... Irgendwie... Wir haben wieder neue Dorfbewohner. Oh, und ein unglücklicher Dorfbewohner verlässt uns. Ja, irgendwie... Irgendwie... Das läuft bei mir am Anfang immer total gut. Und dann kommt der Moment, wo nichts mehr läuft. So, Viktoria und Victoire. Okay. 112 und jetzt auf einmal dann wieder auf minus 67 runter. Ich glaube, das ist immer, wenn wir die... Wenn wir zum neuen Wochenstart die Steuern kaufen, äh, Steuern zahlen müssen. Ich hätte wahrscheinlich einfach noch nicht so viele Gebiete bauen, äh, kaufen dürfen. Ich glaube, das ist gerade mal ein Problem. Aber ich kann ja auch kein Gebiet wieder verkaufen. Oder? Wir könnten sonst auch das erst nochmal ab. Da. Weil dann haben wir nämlich 50 weniger Steuern zu kaufen. Dann habe ich jetzt zwar im Endeffekt ein freies Gebiet rausgeschmissen, aber... Es bringt uns ja im Endeffekt auch nichts, wenn ich hier auf keinen grünen Zweig mehr komme. Dann können wir das im Endeffekt auch erstmal wieder abreißen. Das brauchen wir dann erstmal nicht mehr. Jetzt haben wir hier ein Holzfällerlager noch und ein Sägewerk. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier mal wieder so ein bisschen meinen Finanzhaushalt erholt. Was wollt ihr denn? Nahrung. Ja, warum fehlt es euch denn an Nahrung? Wir haben doch eigentlich genug. Wir haben doch eigentlich genug. Warum, warum holt ihr euch denn dann nichts? Müssen wir vielleicht hier hinten noch einen Markt hinbauen? Sonst könnte man hier vielleicht auch nochmal einen Markt hinbauen, aber es kostet mich ja dann auch wieder. Lebensmittelstand, dann stellen wir hier noch einen Warenstand auf oder so. Sitzbänke. Hier so ein kleines Zäunchen noch. Machen wir hier mal noch so Zäunchen hin. Hier kommen nochmal Fässer hin. Das würde uns drei Prunk bringen. Guck mal, wir brauchen aber ein bisschen mehr. Jetzt kann ich das aber nicht aufmachen, oder? Okay, das geht. Jetzt habe ich den schon mal so da gebaut. Hier können wir zwei aufhören lassen zu arbeiten. Wir brauchen gerade nicht so viel Holz. Wir brauchen gerade eher, also keine Bretter. Guck mal, das erholt sich doch jetzt wieder ein bisschen. Dann können wir nämlich hier auch den Weg noch verwursten. Dann würde ich da noch einen schönen Brunnen in die Mitte bauen. Guck mal da, jetzt haben wir das Geld. Haben wir jetzt auch ausgegeben. Mit dem Prunk, dann können wir nämlich auch, dann können wir nämlich auch endlich so ein Fischer-Ding ins basteln. So, dann würde ich hier in die Mitte, würde ich dann ganz gerne noch einen Brunnen stellen. So, zack. Dann macht das mal noch schnell fertig. Jetzt verkaufe ich, glaube ich, auch gerade ganz gut Bretter und sowas. Ja, guck mal, jetzt läuft das doch wieder ein bisschen besser. Jetzt gehen wir auf die 200 zu. Wenn wir 200 Gold haben, jetzt sind wir wieder runter jetzt. Wenn wir 200 Gold haben, dann würde ich die Windmühle in Angriff nehmen und in Auftrag geben. So, guck mal, da fehlen überall noch Bretter. Äh, nicht nicht Bretter hier, Dingens. Dann würde ich jetzt aber die Menge an Brettern, die wir runterstellen, äh, die wir verkaufen. So, ja, da fehlen noch die Bretter. Aber ich glaube, die Bretter werden noch erstmal zum Markt geliefert, ne? Ja, guck mal, da kommen wieder zwei. Dann haben die hier hinten nochmal einen eigenen Markt. Ich glaube, die sind deswegen so motzerig. Weil die von hier hinten bis nach da vorne laufen müssen, bis sie am Markt sind. Das ist so meine Vermutung. Hinter der Sache. Plöng. Rupert und Jack. Jack ist ein sehr, 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 sehr fleißiger Bauarbeiter. Guck mal hier, das dauert halt einfach. Weißt du, bis wir das Geld haben, bis wir das Geld haben, endlich mal eine Windmühle zu bauen, haben die schon zig Trilliarden Getreideähren eingelagert. Aber gut, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, ne? Wir brauchen noch, wir brauchen noch sechs Holz für den Markt. Vier Holz. Zwei werden gerade ran geschleppt. Ich würde halt ganz gern gerade den Markt noch fertig bekommen, weil ich gerne wüsste, ob wir dann halt wirklich die Fischerhütte freischalten, wie ich mir das gedacht habe. Fünf Gold. No. So, der Brunnen dürfte dann auch gleich fertig sein. Steven bringt gerade das letzte Holz für den Markt. Ja, guck mal da, die Prachtin des Dorfes hat eine neue Stufe von Freischaltmöglichkeiten. Wunderbar, guck mal, jetzt haben wir hier vier. Fischerhütte, Herrenhaus und Hecke. Als erstes die Fischerhütte. Jetzt ist die Frage, was bringt denn das Herrenhaus? Das können wir eigentlich alles mal freischalten. Guck mal, jetzt haben wir das alles freigeschaltet. Okay, dann können wir ja vielleicht nächste Folge dann mal schauen, was es mit den ganzen Sachen auf sich hat. Der Brunnen steht immer noch ein bisschen verlassen hier. Ei, ei, ei. Ja, dann können wir aber da mal schauen und unser Dorf endlich mal ein bisschen weiterentwickeln, hätte ich gesagt. Also dann, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal in Foundation. Tschüss! 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 Tschüss!